Hallo, im letzten Video habe ich euch eine kleine Einführung über Lithium Akkus gegeben und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Lithium Akkus richtig ladet. Nun, was müssen wir jetzt beim Laden von solchen Lithium Akkus beachten? Einfach gesagt, das Datenblatt dieses Akkus. Wir brauchen nämlich zwei Werte. Einmal, mit wie viel Strom wir den maximal laden können und das andere Mal, was die maximale Spannung ist, ab denen der Lader abschalten muss. Lithium Poly- und Lithium Ion Akkus sind eigentlich recht gleich, beziehungsweise sind eigentlich gleich zu betrachten, weil die beiden ab 4,2 Volt abschalten. Das liegt eigentlich größtenteils an der Anode, welche verwendet worden ist. Deswegen sollte man aufs Datenblatt achten, weil da gibt es welche auch mit 4,1 Volt, also wobei maximal 4,1 Volt abgeschalten werden müssen. Aber die meisten werden bei 4,2 Volt abgeschalten. Aber das ist halt, wie gesagt, immer datenblattabhängig. Und der zweite Wert ist halt einfach, mit welchem Strom wir die maximal laden können. Meistens ist es bei den LiPo Akkus und, also ich sage am liebsten LiPo, weil das sagt man besser als Li-Ion. Deswegen sage ich halt einfach LiPo. Bei den meisten ist es 1C, das heißt, das Einfachere der Kapazität. Hier habe ich einen 2000 mAh Akku, darauf bin ich beim letzten Video hingewiesen worden. mAh ist die Kapazität, mAh ist der Stromfluss. Also, wie gesagt, da entschuldige ich mich im letzten Video dafür, 2000 mAh Kapazität und 1C ist das Einfachere der Kapazität. Das heißt, bei einem 2000 mAh Akku ist es 2 Ampere, wo ich den maximal laden kann. Aber das ist wieder datenblattabhängig. Manche Akkus, speziell wenn sie kleiner werden, werden dann nur mit 0,5C angegeben. Das heißt, wenn der hier 0,5C hätte, könnte ich den nur noch mit 1000 mAh laden, also mit 1 Ampere. So, und wenn wir jetzt halt diese zwei Werte haben, also die maximale Spannung und den maximalen Stromfluss, mit dem wir den laden können, dann können wir halt auch das Ladegerät ausfüllen. Solche Ladegeräte hier sind zum Beispiel am besten, um halt Zöllen zu laden, die halt für sich selber sind. Also die nicht in ein Projekt eingebaut sind, wie zum Beispiel ein Handyakku. Ein Handyakku nimmt man normalerweise nicht raus und tauscht aus. Der ist da fest verbaut. Ich meine, bei den meisten Handys zum Beispiel, oder bei den meisten Produkten, kann man den Akku nicht mehr auswechseln. Aber so ein Lade ist halt gut für so einzelne Zöllen, wo man halt, ja, wo halt einfach gar nichts dran haben, wie zum Beispiel der hier, der braucht einen hohen Stromfluss. Da kann nicht so ein Sicherheitsschaltkreis mit dabei sein, der halt Kurzschlüsse überwacht und so weiter, weil der hier braucht einen hohen Stromfluss. Der kann zum Beispiel, wie gesagt, das 35-fache seiner Kapazität ausgeben. Dafür sind halt solche Ladegeräte da, um halt einfach bloß so einen Akku anschließen zu können und dann halt zu laden. Hier sehen wir auch, der beherrscht sogar mehrere Akkutypen, also sozusagen mehrere Abschaltspannungen einfach bloß, Lithium-Ionen, Lithium-Polion, Lithium-FE und 1-6 Zöllen. Und ja, bei denen kann man halt meistens dann einstellen, ab welcher Spannung die abschalten sollen, beziehungsweise ist dann unterbetitelt unter der Akkuart. Ja, und dann laden die halt einfach den Akku und sagen halt einen dann, wann es fertig ist. Und was das Wichtige ist, was ich hier nochmal erwähnen möchte, ist diese 1-6 Zöllen. Denn ja, das hier ist ein einfacher Akku, das ist eine Zölle, das ist 3,7 Volt durchschnittlich, also 4,2 Volt maximal. Das ist da ziemlich leicht, aber das hier sind drei Zöllen in Verbund und wenn wir hier schauen, 3 mal 3,7 Volt, das ist dann 11,1 Volt. Also ja, die drei Zöllen sind halt damit miteinander verbunden, in eine Reihe halt geschalten, hintereinander, um halt einfach eine größere Spannung zu erzeugen. Aber wie gesagt, wir müssen ja darauf achten, dass jede Zölle maximal bloß mit 4,2 Volt geladen wird oder halt mit der angegebenen Spannung. Und da dürfen kaum Abweichungen sein. Also 4,21 Volt ist noch okay, aber 4,3 Volt senkt schon die Lebenserwartung der Zölle und wir wollen natürlich versuchen, die Lebenserwartung so hoch wie möglich zu halten. Und dafür ist dieser sogenannte Balancer-Anschluss mit dran. Weil hier haben wir die zwei großen Kabel, wo der ganze Strom gezogen wird und wo der Akku auch hauptsächlich geladen wird. Aber hier sehen wir von dem Ladegerät, das hat ja verschiedene Anschlüsse. Hier zwei Zöllen, drei Zöllen, vier Zöllen, fünf und sechs Zöllen. Und ja, das hier ist sozusagen dieser Balancer-Anschluss und der hat einen Minuspol und drei Pluspole. Also halt sozusagen ein Pluspol pro Akku-Zölle. Und dieser Port ermöglicht halt den Ladegerät mitzuteilen oder den Ladegerät zu messen, wie viel Strom, wie viel Spannung die einzelne Zölle hat. Und weil diese Zöllen sind nie hundertprozentig gleich. Also die eine kann beim Laden bei 4,1 Volt sein und die andere kann erst bei 4,05 Volt sein oder sonst was. Und wenn wir halt das nicht balancieren würden, dann würde das immer weiter auseinanderlaufen. Und die eine Zölle würde voll sein, während die andere leer ist. Und wenn wir dann das nächste Mal brauchen, dann tief entladet sich die, ja sagen wir einfach mal die mittlere. Und die andere ist noch völlig okay. Und dann, ja, haben wir nicht den Strom, den wir brauchen von diesem Akku. Und wie gesagt, das Ladegerät misst dann den einzelnen Strom und passt dann über diese Pins auch nochmal den Strom ein bisschen an, um halt einfach diese Zöllen auf dem gleichen Level zu halten. Um halt einfach die, ja, nicht auseinanderlaufen zu lassen und halt einfach zu, ja, balancieren, wie es der Name schon sagt. Und dieses Teil hier ist einfach das, was da schon eingebaut ist, bloß für Ladegeräte, die zwar Lithium-Akkus laden können, aber nicht das Balancieren unterstützen. Und dann sozusagen einfach, man schließt es da zum Laden an und, ja, da schließt man dann einfach die verschiedenen Zöllen an und der regelt dann sozusagen den Strom zu den einzelnen Zöllen, um halt einfach, ja, auch diese Zöllen auf dem gleichen Level zu halten. Also sozusagen, wenn man Ladegeräte hat, ohne dieses Balancer-Feature, kann man sich nochmal so ein extra Gerät dazukaufen. Das ist halt das, was ich mal sagen wollte, wenn man mehrere Zöllen auf einmal lädt, dass man halt die ein bisschen angleichen muss. So, jetzt so viel zu Akku-Packs, die halt einzeln sind und im Verbund und so weiter. Jetzt, ja, mehr zu dem, wo man dann halt in Projekten verwendet. Nämlich diesen 1-Zöllen-Lipo-Akkus, wo man halt einfach direkt an den Atrium oder so anschließen kann, um den halt mit Strom zu versorgen und dann halt gleichzeitig noch Ladeschaltkreis dazu. Weil wir jetzt im letzten Video bemerkt haben, an diesen Akkus hängt einfach immer dieses PCB dran mit diesem USB-Anschluss. Und das ist halt folgendes, das ist ein kleiner Mikrochip, der die spezielle Ladung, die Lithium-Akkus benötigen, weil die brauchen das spezielle CC-CV-Verfahren. Dazu komme ich später, wenn ich in das Datenblatt von dem Chip schaue, weil das ist auch ein schöner Graph abgebildet, wo ich dir schön zeigen kann, wie halt dieser Ladevorgang ist. Weil wie gesagt, man muss jetzt zwar die maximale Ladestrom wissen und die maximale Spannung, aber man kann auch nicht einfach bloß Strom drauf tun, sondern man muss den, ja, mit ein bisschen Bedacht laden, man muss den halt mit der richtigen Weise laden, um halt einfach die Lebenserwartung des Akkus ziemlich hoch zu halten. Also man könnte jetzt einfach auch so laden, aber der wird sehr schnell kaputt gehen. Ja, und wie gesagt, um halt einfach diesen Akku zu laden, gibt es halt diese kleinen Schaltkreise mit diesem kleinen Mikrochip drauf. Der hat ein paar tolle Features. Ich könnte da zum Beispiel auch ein Temperaturmesser anschließen, um halt einfach die Temperatur zu messen, was aber weniger davon abhängt, den Stromfluss dazu anzupassen, dass man ihn nicht zu schnell lädt, sondern mehr, um halt einfach, ja, als Sicherheitsfeature zu dienen. Dass wenn die Dinger zu warm werden, dass man merkt, okay, da läuft irgendwas falsch und ich sollte abschalten, bevor die Dinger zum Brennen anfangen. Also deshalb der, also wirklich mir eine Abschaltung, dann einen kleinen Widerstand, über den man den Stromfluss einstellt, mit dem er geladen wird. Also der lädt hier bis maximal 1 Ampere. Und ja, zwei LEDs, die halt einfach anzeigen, ob Strom drauf ist, wenn halt beim zum Laden eingesteckt wird und ob er gerade lädt oder ob er voll ist oder sonst was. Also halt einfach zwei Status-LEDs. Und mehr ist es nicht. Ein paar Kondensatoren und so weiter, um das ein bisschen anzugleichen. Aber ansonsten, diese ganzen PCBs, die sind saugünstig. Das hat, glaube ich, 3 Euro gekostet oder so. Und ja, die baut man sozusagen gleich ins Projekt mit ein. Und kann man gleich am Akku verwenden. Und dann hat man halt den Vorteil, wie hier, dass ich einfach, wenn der Akku leer ist, kann ich den einfach mit einem USB-Ladegerät aufladen. Halt, ja, mit einem normalen Handyladegerät. Und ja, dann hat er seinen eigenen Schaltkreis und ich brauche mich jedes Mal nochmal daran anschließen. Da gibt es mir halt auch den Vorteil, dass ich den einfach im Projekt einbauen kann und bloß einen USB-Port und fertig. Dazu möchte ich noch sagen, wenn man den jetzt in einem Projekt mit einbaut und ein Projekt gleichzeitig noch an den Akku mit anschließt. Was dann ist, wenn man das Ding lädt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mikrochip dran habe, ja, wie gesagt, zum Arduino, der halt, sagen wir mal, der verbraucht 50 mA. Wenn ich jetzt den Akku mit 100 mA laden möchte, dann wird mir sozusagen von dem Schaltkreis 50 mA von der Ladung weggezogen. Also, ich kann ihn gleichzeitig noch angeschlossen haben, aber der Strom, den der halt zieht, bekommt der Akku nicht zum Laden. Also, das ist es halt. Aber normalerweise kann man den angeschlossen haben und das ist kein Problem. Das ist zum Beispiel beim USB-Pi mit diesen unterbrechungsfreien Stromversorgung so, dass es einfach sozusagen ein LiPo-Akku damit angeschlossen ist. Da dann halt ein Step-Up Voltage Regulator, also einfach einer, der die Spannung nach oben tut, von diesen 3,7 Volt auf 5 Volt, um halt einfach den USB-Pi zu betreiben und dann steckt sozusagen der LiPo-Akku die ganze Zeit drinnen und falls der Strom mal zusammenfällt, also falls die Stromversorgung zusammenbricht, dann wird sozusagen der Strom nicht mehr aus dem Lader gezogen, sondern wird aus dem LiPo-Akku gezogen und so hast du deine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das bloß kurz gesagt, also man kann die Projekte auch locker da angeschlossen haben. Der Strom wird halt einfach vom Ladestrom weggezogen. Ja, wie gesagt, das war jetzt eigentlich so viel dazu. Wie gesagt, diese kleinen Schaltkreise kann man einfach schön mit einbauen, gleich mit dem Akku dazu und dieser Laderegler regelt dann das komplette Laden des Akkus. Und da möchte ich jetzt mal auf das Datenblatt schauen. So, hier haben wir jetzt das Datenblatt von dem Chip. Der Chip ist der TP4056 und 1 Ampere Standalone Linear Lithium Ion Battery Charger with Thermal Regulation. Das ist halt wie gesagt dieses Thermometer, das man anschließen kann. Und ich habe diese Akkus, habe ich als LiPo-Akkus gekauft, aber das ist ein Lithium-Ionen-Ladegerät, aber das interessiert weniger, weil wie gesagt, das Wichtige ist, dass wir, ich suche mal ein bisschen ran, diese 4,2 Volt Abschaltspannung haben, damit der halt nicht höher lädt als 4,2 Volt. Ja, kann man sich alles ein bisschen durchlesen, was das halt für verschiedene Sachen hat. Hier zum Beispiel, der Lädt mit einer 1,5%igen Genauigkeit, das ist eigentlich schlecht. Was man eigentlich haben will, ist eine 1%ige Genauigkeit von der maximalen Spannung, die das Ding erreichen kann. Alles unter 1% ist noch besser, aber ja, das ist recht schlecht, aber ist jetzt noch verkraftbar, sage ich mal. Ansonsten, hier unten sieht man den Widerstand, den ich angesprochen habe. Da kann man nämlich den maximalen Stromfluss einstellen, weil wie gesagt, man sollte die maximal mit 1c laden oder wenn das Datenblatt sagt, man soll es mit 0,5c laden, also ein 2000mAh Akku, lädt man dann mit 0,5c bei 1.000mAh. Und ja, halt einfach c ist das Laden, die Kapazität. Ja, wie gesagt, ich lade hier diesen 2000mAh Akku mit 1.000mAh und das ist eigentlich kein Problem. Wie gesagt, der lädt maximal mit 1c, aber ich kann auch locker darunter gehen. Ich sollte halt nicht drüber gehen. Und ja, und ich soll auch nicht zu niedrig gehen, weil ansonsten braucht der Ewigkeiten, bis er voll wird. Und ja, das ist auch nicht schön. Also, aber es ist kein Problem, wenn der mit 1c angegeben ist und ich den mit 0,5c lade. Das ist weniger das Problem. Aber wie gesagt, falls ich noch kleinere Akkus habe, kann ich hier einfach mit einem Widerstand bei dem Chip zum Beispiel und bei den meisten Chips auch einfach den maximalen Stromfluss einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 400mAh Akku habe, dann mache ich einfach aus diesem 1,2kΩ Widerstand einen 3kΩ Widerstand und lade mit 400mAh und dann passt das auch. Wie gesagt, ich sollte halt einfach bloß nicht über die maximale Ladung, ja, über den maximalen Stromfluss, den das Ding aufnehmen kann, drüber gehen. Und ja, hier noch zuletzt, noch ein bisschen zurück, diesen Graph, den ich euch zeigen wollte, wie halt diese Ladung ausschaut. Das hier ist jetzt der Graph speziell für diesen Chip hier, aber ich rede jetzt mal von allgemein. Das schaut allgemein so aus, aber mit ein paar kleineren Unterschieden. Nicht alle, der hier zum Beispiel hat es, aber nicht alle Chips haben es und man braucht es nicht unbedingt. So eine kleine, ich sage dazu, Wiederbelebungs-Ladeart. Das ist zum Beispiel, also man sollte diese LiPo-Akkus nicht unter 3 Volt sinken lassen. Aber wenn der Akku mal wirklich unter 3 Volt ist, also sozusagen tot, tief entladen und so, dann unterstützt dieses Ladegerät zum Beispiel eine kleine Ladung. Das ist normalerweise so 20% des maximalen Ladestroms. Hier bei dem ist es 10%, weil es bei, also hier wird ausgegangen von einem 1000 mAh Akku, dass der halt mit 1000 mAh geladen wird und wie gesagt, normalerweise ist diese kleine Spannung, dass er halt, der kleine Stromfluss, dass er halt wieder auf die Beine kommt, ist normalerweise so bei 20%, also bei 200 mAh in diesem Fall, aber der Ladeleiter geht noch ein bisschen weiter runter, der lädt hier bloß mit 10%. Das heißt, der haut bloß 100 mAh rein, bis der eine gewisse Spannung erreicht hat, nämlich 3 Volt. Und dann geht er erst hoch auf seine 1000 mAh. Das ist halt einfach, man kann in so einem tief entladenen Akku nicht sofort den kompletten Strom reinwerfen, weil ansonsten, ja, verringert sich die Lebenserwartung oder er lädt überhaupt nicht und wird warm oder sonst was. Also das ist nicht gut, wenn er gleich schnell geladen wird. Das heißt, er sollte erst, er wird da, dann erst, wenn er zu weit drunten ist, zu 3 Volt hochgehoben und dann wird normalerweise hochgegangen gleich zu dem kompletten Constant Current, also zu dem, einfach dem kompletten maximalen Stromfluss, den 1000 mAh in diesem Fall. Der Lader hier macht es noch ein bisschen anders, der geht erst hoch bis 850, 900 und geht dann erst langsam hoch mit der Zeit, hier haben wir die Zeitachse, der Stromfluss mit dem geladen wird und, ja, die Voltzahl des Akkus. Und wie gesagt, der geht halt dann einfach langsam hoch, langsam hoch und dann fährt er erst, ja, mit 1000 mAh rein. Und das hier ist nämlich die Constant Current Phase, die sogenannte CC Phase und er ist halt so, der haut halt, ja, seinen konstanten Stromfluss rein und hier sehen wir dann mit der Zeit, der Akku bekommt immer mehr Spannung, immer mehr Spannung und geht dann immer weiter hoch, hier erreicht er 4 Volt und hier dieses Ladegerät geht bei 4,2 Volt in die CV Phase, also in die Constant Voltage, in die konstante Voltzahl über, aber normalerweise ist es so, dass erst bei 4,2 Volt in die CV Phase übergegangen wird. Der hier geht ein bisschen früher über und wie gesagt, das ist, ja, muss man halt einfach ins Datenblatt schauen, wie halt das Ladegerät das macht. Aber normalerweise wird erst ab 4,2 Volt übergegangen in diese Phase und der hier geht schon früher ab 4,1 Volt in diese Phase. Wie gesagt, die Constant Current Phase ist halt einfach ein konstanter Stromfluss in den Akku und wenn er eine gewisse Voltzahl erreicht hat, normalerweise 4,2 Volt, dann geht er in die Constant Voltage Phase über, das heißt, er schickt nicht mehr einen konstanten Stromfluss hinein, sondern eine konstante Spannung und der Stromfluss sehen wir hier, der sinkt dann immer weiter, immer weiter und wenn er ein gewisses Level erreicht hat, normalerweise 10% des maximalen Ladestroms, dann schaltet der Lader ab und lädt überhaupt nicht mehr. Also da gibt es auch keinen kleinen Stromfluss, um den Akku zu erhalten, wie damals bei den Nickel-Metallhydrit-Akkus, sondern der schaltet einfach komplett ab und der Akku ist voll. Und ja, wie gesagt, bei dem hier ist es 10%, normalerweise ist es auch so bei 10%, das heißt, wenn nur noch 100mA reingehen, sagt er, okay, der Akku ist voll und Ende. Und dann ist halt der Akku bei 4,2 Volt und so schaut es halt einfach aus. Geht also sozusagen hoch, erstmal in die Constant Current Phase, bis der seine 4,2 Volt erreicht hat, dann geht er in die Constant Voltage Phase und wenn der Stromfluss oben, der reingeht, ein gewisses Level unterschreitet, dann schaltet er ab und der Akku ist voll. So einfach ist das eigentlich. Man muss halt das beachten und einen Lader haben, der genau diese CC-CV-Ladung beherrscht. Das erste hier, dass der Akku auf die Beine kommt sozusagen, das ist optional. Also wenn das ein Lader nicht hat, dann ist das auch kein Problem. Weil normalerweise sollten die nicht unter 3,0 Volt senken. Also das ist es halt. Gut, dann hoffe ich euch, dass ich euch jetzt ein bisschen das Laden von Akkus zeigen konnte und wie man das halt richtig macht und wie das halt ausschaut mit diesen Graphen. Und damit danke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag.